So, Aufnahme läuft auch, Screenshot ist gemacht. Von daher sind wir Cheater-mäßig abgesichert. Ist du besser? Ich hab meine Brille auf, wenn ihr wisst, was ich beide... Sonnenbrille? Ja, ihr kennt der Pixel im Film, oder? Ja. Ja, der kleine Wichser. Ja. Kannst losgehen, was sagt ihr? Ja. Okay. RAAAGH, LET'S GO! Oh Mann, Alter. Ich bin aufgeregt. Ich werde sterben. Was geht los? Good luck and have fun. Alex, ich will alles sehen heute, wenn wir alles gehen. Okay, Nippe. Warum Bombe? Ist das nicht immer Bereich? Nee, ist Bombe. Nein, nein, Bombe. Ist doch scheißegal, was du spielst. So, Rook. Valerie. Schließfächer, ne? Ganz normal. Ja. Ich hätte mit was anderem begonnen, bin ich ganz ehrlich. Na, lass uns mit Schließfächern anfangen. Wen soll ich nehmen? Äh... Mach was du willst, hier ist Wurscht auf der Seite. Ja, genau. Genau. Das, was du kannst. Kessel, Kessel ist nicht verkehrt, wenn du spielst. Oder, oder Mute. Ne, wie heißt denn der auf unserer Seite? Ne, der heißt... Welche Töne darf ich nicht zumachen? Hinten nicht, äh, zum Tunnel. Sonst ist alles egal. Treppenhaus, die kannst du zumachen. Ja, genau. Treppenhaus und Garage auf jeden Fall zu. Und das Fenster. Wo die Bombe drin ist. Na, wer schreibt Wurden-PC? Warum hab ich nur 100er Ping? Was ist hier los? Ja, geil. Drüben bei denen auch einer mit 100er Ping. Das ist doch abartig. Guck dir mal die Pings an. Was ist denn ein 37er Ping? Was ist denn der Looper? Wer tot ist, ist halt die Fresse bitte, gell? Wir müssen... Gehen wir in die Garage? Oh Gott. Holst euch erst die Drohnen, bitte. Wo ihr euch die Rüstung holt. Die könntest doch gleich holen. Ja, ich denke nach hinten ab. Ah gut, genau. Das ist nicht... Das ist semi. Aber lass... Lass das. Einen hab ich. Gehle eine hoch. Zieh locker zu mal. Ab zwei. Einen hab ich. Welche Löcher? Echt. Von oben. Ähm, äh, Fahrstuhl. Oh. Alles gut, alles gut, alles gut. Und hier? Das muss ich nicht gemacht. Das wird ja eine hab ich. Ja. Großraumbüro noch, ne? Ich verstärke die Rüstung. Es bleiben fünf Sekunden. Bei Juni, wenn wir gleich angreifen, die sind auch hier unten, dann rush ich rein. Überwachung der Bomben verstärken. Der Gegner hat einen Entschärfer. Okay, leise. Garage bitte zumachen. Kamera wird aktiviert. Hier ist noch eine Amor. Oh, ich hab noch... Brauchst du noch das Treppenhaus bitte zu? Über mir läuft's. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. Neue Kameraübertragung läuft. Gerät scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Und ich brauch noch zwei Wände hier in dem Raum. Wo bist du? Das Fenster hier, das Fenster hier. Markus, ach, hast du schon gut. Genau. Wo die Bombe drin ist, brauch ich noch zwei Wände. Bombe, komm, komm mal. Ja, hab doch noch eine. Wo? Garage, Garage, Garage kommt. Garage kommt. Ich werde nicht markieren. Alle fünf Garage. Ne, vier. Vier Garage. Da ist eine Garage. Ja, Garage, da wo Argo gerade vorsteht. Achso, weil... Oh, scheiße. Meine Kamera ist weg. Okay, Garage. In dem Raum bleibt es drin, nicht alle weiter offensiv. Wir zeigen uns nicht. Ich lade nach. Kannst du da durchgucken, will ich das Loch, was ich gemacht habe, Alex? Äh, ja. Das ist gut, das habe ich extra für dich gemacht. Ja, aber ich sehe nicht allzu weit. Ich kann nicht weit runter gucken. Ich habe einen getroffen. Rost, die Tür ist offen. Äh, Drohne rein. Ja. Eine Minute haben es nur, Jens. Locker bleiben. Wann sind wir los? Ich habe eine Kamera draußen. Ash ist hinter dem. Hallo? Wie ist das schon? Ja, sind wir schon. Alles klar. Ich habe eine Kamera draußen, gell? Äh, der Bart steht hinten. 340. Hülle durch ein Loch auf die Treppe. Leck wird. Leck vorne mit der Tür. Sie steht hinten an der Säule. Ja, der ist weg. Lecken. 30 Sekunden. Nicht gucken. Ja, aber ein bisschen Hit. Bei mir liegt da eine Hand. Kommen wir immer noch von Baragen oder von wo? Nein, nein. Barage, ja. Blackboard kommt raus. Linke Seite. Blackboard, linke Seite. Blackboard weg. Trepp aus. Trepp aus. Ja. Einer angeschossen. Einer angeschossen. 2 Sekunden. Ab sie nicht. Nein, den Gegner übrig. Gut. Ok, sehr schön. Sie waren gerade beim legen, oder was da hinten? Äh, ne. Die sind da gerade reingerannt. Okay. von reihe also es so ist mein zweiter meinte hat gesagt zwei unten durch den juwelier der anderen beiden kommen von oben runter machen die löcher auf also der meint du gehst du mit welchen löcher ich mein billig wir stimmen hier ab für juwelier das heißt wir gehen durch nehmen jetzt hier ich habe gesagt zwei gehen unten durch ja ist der rest kommt von oben macht die löcher auf ich muss definitiv laufen oder schieben wir alle auf schritt jetzt schauen wir jetzt mal wo wir sind ich war nach unten ich war nach oben und wo unten sind sie einer offensiv einer kommt schon gar siegen ja ich will hinten den tunnel war scheiße er hat mich schon noch zum tunnel hinten stellt den tunnel ja 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 du fährst noch bei zwei sekunden noch mal rein oder was ja 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 ich gucke ich gucke ich gucke ich bin drin einschärfung eingeleitet und seudo von hinten von hinten von hinten von hinten breppenhaus da ist der tresor der letzte kommt beim fahrstuhl du den deck der ist in der kamera drin ist egal schafft er nie mehr los rein leute siehst du ich sag doch das hat gut funktioniert laufen 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 ich habe ich geil dass alles gesprenkelt ist also wir dürfen noch mal schließfächer warum dürfen wir das noch mal auswählen lassen was anderes machen oder es ist das beste dass das falsch eingestellt haben ganz ehrlich ich würde es nicht ich denke eher dass sie das falsch eingestellt haben nein nein war das nicht beim letzten mal auch so dass es vollkommen egal war guck mal du darfst äh äh unique spawnen ja egal jetzt wie ist es wurscht also wenn ihr wenn ich weiß nicht wie es letztes mal war ich kenne die regeln nicht die regeln haben wir im testen ja ich lese gerade durch objektiv rotation parameter eins ach scheiße das ist das das heißt an so scheiße hier die was macht sie mal hier die wendekse hier ist eine drohne drin ich habe ein penis geformt noch fünf sekunden wo sind die wo sind die schmatten wo soll ich sie denn hin machen ok ich decke ich decke das fenster hier alles gut ah 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 mach was nicht dazu machen ich bin raus und mach zu danke hat einer zeit camps zu gucken ja einer der drinnen steht bitte kämpf's gucken guckst du da ok ja komm mal komm mal her guck mal penis ruhig bitte über uns über uns stepp's über uns stepp's eine treppe eine treppe nein jetzt zu machen über uns steppt es wie der bär alter direkt über mir hier ist ledger granaten kommen runter an der treppe einer treppe ist weg treppe ist weg treppe ist weg zwei oben weg offensiv guckloch ich guck hochloch haben die oben schon ein Loch drin hinter dir wurde was aufgemacht drei stück ich sehe drei stück du bist auf Blackbeard Blackbeard eine Pendeltrappe habe ich die anderen stehen auch noch da ein nieder verbleiben links an der Tür Attacke ok dann kommt der hier vorne fast ok sauber ja man hab ich doch richtig durch die Band da geschossen endlich mal teams in unserer Preisklasse ob die nochmal unten wählen das ging ja ganz schön fix unser angriff alter ich schwitz wie so ein die frage ist eher wieso das ist grad total chillig alter ja ich will das gewinnen ich habe gerade nebenbei noch so eine Nachricht bekommen dass ich 200 euro Gutscheit gewonnen habe achso deswegen ja alter da würde ich mich doch mehr über die 200 euro freuen wir müssen eine Worte auf wir müssen eine Worte auf dann müssen wir mal gewinnen ja ja best of 8 100 war das nicht so sind nicht unten doch unter ach eine Schleitung mit der Worte nicht markieren oder wie war das also kannst du schon das ersten oder ja damit wir wenigstens oben stehen haben wer was ist Achtung eure Drohne hat eine Bombe dann muss ich es nur ein bisschen angucken dann weiß ich das auch na fuck ich dachte ich komm noch raus wir können sie markieren aber kriegen wir wieder eine Drohne in den Tunnel neee Einsatz in 5 Sekunden Einsatz in 5 Sekunden Einsatz in 5 Sekunden Einsatz in 5 Sekunden okay ja ja gesehen ich stehe noch drauf ich stehe noch eine Drohne da ja kann jemand nochmal gucken geht dran nein kommt kommt gerusht er steht im Raum drin er ist zur Bombe rein weg 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 ich muss nachladen ihr könnt rein ihr könnt rein und gleich rechts rum Agro guck nochmal rechts rechts im Gang rechts im Gang rechts im Raum drin gewesen ne rechts er hört mir gar nicht zu einer staun Juni dreh mal deine ne naja blöss Flash scheiße ja wenn du da drin bist achso ok und rechts im Raum guck mal rechts ach scheiße gut ich guck weiter ist hoch gelaufen ist noch nicht zu sehen gut lade Magaschino Direkt am Tisch hockt einer. Ich guck hinten auf euch. Nein! Oh shit. Ago, ich guck da schon, alles gut. Ago, da kommt noch einer. Ago, hast du noch eine Drohne? Ja, ich hab noch eine Drohne, aber keine mehr stehen, nur werfen. Dann geh in den Tunnel zurück, da können sie dir nicht. Und dann werf nochmal deine Drohne und fahr vor. Hier ist gut. Jo, 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 lass noch ein Stück weiter nach links, dass du auch die Tür siehst. So, stopp, alles klar, ich gucke. Jo. Also zwei drin im Raum, einer hinter dem Schreibtisch, einer links bei der Tür. Das heißt, andere Drohne. Juni, du guckst Treppe? Juni schon. Okay, du hast noch 30 Sekunden. Treppe kommt, Treppe kommt, Treppe kommt, Treppe kommt. Treppe, guckt nur, guckt nur. Ist markiert, scheiße, hättest du nicht machen dürfen. Ja, muss ich markieren, der hat da hingeguckt schon. Guck mal, der ist Solo, der ist weggelaufen. Der ist nach oben. Du musst rein, du musst rein. 18 Sekunden, Alter. Hinten an der Tür. Ah, okay. Ab und zu, der hat nichts mehr. 16 AP. Das war kacke. Dürfen wir jetzt nochmal das spielen oder nicht? Was? Ja, klar. Haben die doch jetzt auch. Ja, die haben ja die erste Runde nicht gewonnen. Die haben sie gewonnen und deswegen frage ich. Ich will eigentlich was anderes nehmen. Ich glaube, das ist egal. Egal, wir rotzen die weg und fertig. Also, nehmen wir's. Also, was der gemacht hat, ne? Dieses Rausrennen bis in die Kanalisation, ey. Kranke Schwein. Oh ja, manchmal auch. Komplett. Ja, der hat erwartet, dass der wieder selbst früchte Stunden kommt. Will sich diesmal einer in der Garage verstecken? Nein. Mh, meine Bestrahlung sind nicht so. Ich muss zwischen drei. Okay. Ich glaube, da kommt einer runter. Wandverstärkung bereit. Es bleibt noch viel. Einmal eine. Eine Kameraübertragung läuft! Nur noch 5 Sekunden. Zwei Drohnen weg. Gerät scharf gemacht. Überwachung gebombt. Ich habe auch zwei weg. Ich mache selbst mal was, Alex. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Bei mir gemacht, oben mach ich sie auch. Ne Drohne weg. Ach da oben, okay, alles klar. Du steppst nur oben, ne? Ja. Ja, über uns Depp ist da. Juni, ich hab markiert. Komm nicht aus der Garage. Ah, okay. Ne, ich guck mal Garage, warte. Garage noch nichts. Eine ist in die Küche gegangen, ich hab ihn noch markiert. Ja. Ja, fordere dann, schick sei nicht hier raus. Über uns wird irgendwo was aufgemacht. Ja, das ist die Luke, ähm. Direkt im Bombenraum? Äh, die ist nicht aufgegangen. Die ist nicht aufgegangen. Ich hab oben ne Kamera. Lätschner ist oben. Wir werden schon wieder. Die sind drei oben, drei oben. Ja, direkt über uns. Die werden da auch gleich aufmachen. Die sind geraten. Drohne runtergeschmissen. Nein, da können nicht aufmachen. Hab sie weg, hab sie weg. Können nicht, nein. Haben sie gerade. Digga. Komm gleich runter. Granaten kommen. Es ist schon einer drinne, Juni. Da kommt einer von hinten. Einer auf dem Spot drauf. Jetzt mit dem Loch hier. Ist da noch einer? Oben ist Ash, no. Hammer darf da auch nix mehr haben. Einer. Hinter euch. Mach's locker, Alter. Lass sie reinlaufen. Wir haben noch 30 Sekunden. 20. Zeig dich nicht. Lass Marko fahren. Ohne 10 Sekunden. Jetzt kommt er. Ja, ich hab sie. Sauber. Gegner eliminieren. Missionserfolg für eigene Tropfen. 1. Swinshot bitte. Ja. Ja. Geil, Leute. Schön, schön. Was war die zweite Map? Haus und Bank, glaube ich. Ja, Haus und Bank. Mikrofon beaktiviert. Nur weil ich schwarz bin. Alter, Juni, du hast aber echt krass gerockt, Digga. Das sind Bobs, da rocke ich immer. Wenn die gut gewesen wären, dann zu gerockt. Ja, du. Nee, aber du hast schön die Laufwege von denen abgepasst. Ich glaube, sein Nickname stimmt nicht mit dem anderen überein. So ein bisschen. Alter, morgen gibt es so eine fette Party, Mann. Das ficken wir die Italiener und da gehe ich richtig bumsen, Mann. Auch vorher rotzen wir die hier noch weg, die Lappen. Aus welchem Ghetto kommt ihr eigentlich? Alter, yo, Mann. Yo. Weißt du? Lammespringe, yo. Yo. Fangen wir mit dem Dreckscheiß unten an. Wer hat die gewählt? Raus. Ja, wir haben die rausgewählt, die sind halt übrig geblieben. Naja. Aber welche Map war denn dann unsere? Alex, du musst die rauswählen. Du hast Karten und willst die rauswählen. Und das, was übrig bleibt, musst du nehmen. Äh, hat wer Draht? No. Wofür brauchst du ein Draht? Für Garage. Stromwiller, Strom. Stromwiller. Stromwollte ich. Stromwollte ich. Aber Draht ist auch gut. Draht. Weil ohne Straht kein Fluss vorm Strom. Ohne Straht. Straht. Willst du gucken, Alex, oder? Ich gehe gucken. Aber ich mache nicht Badezimmer. Ich mache unten links Garage. Weil ich glaube, das sind Kniften, die die Badezimmer kennen. Also macht hier vorne Garage zu und ich mache linken Seite der Garage eine Seite. Ich wurde entdeckt. Hat jemand ein C4? Agu, ne? Ich, ich, ich. Hier, spreng mal ein Loch rein zum Gym. Zehn Sekunden. Sag mal, ist das dein Ernst? Wie soll ich denn da reinhucken? Okay, es geht. Alles gut, es geht. Wo fehlen noch Wände? Scheiße, meine Garage-Band. Die sind unterlokalisiert. Ah, da keine machen, da keine machen, da keine machen. Wo soll ich sonst noch Wände machen? Siehste, sie liegt schon. Zuni hat sie gekillt. Arschloch. Ich komme jetzt mal runter, rühren wir mal eine Weste. Ich komme jetzt mal runter, rühren wir mal eine Weste. Sicherheitsabstand halten. Im Ufer steht noch einer, oben läuft einer. Küche? Hört sich noch Küche an? Ja, ja. Gut, gut, gut. Markus, guckst du Richtung Küche? Oh, ich glaube, dass der oben ist. Mach nicht. Ja, die Marokion. Rechte Seite, rechte Tor. Rechte Seite, Tor. Ja. Ist weg, rechte Seite, Tor. Der hat gar nichts nötig. Mach hier noch zu. Einer ist ganz oben. Ich höre ihn. Der hat die Küche, das Loch aufgemacht. Da ist noch einer hinter der Palme. Küche, 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 Küche. Ein Gegner verbleibt. Ah, das war meine. Ah, ist gut. Eine Granate nach mir geworfen. Ich bin draufgetreten. Einer glatt? Nee. Guckt's bitte gleich Küchenfenster. Die machen das auch. Ja, das mag sein. Möchte einer glatt? Ich wollte es noch gesagt haben. No. Brauchen wir hier nicht, eigentlich. Aber mach, was du willst. Frage, ob mir fließt, okay. Ich geh flussdok. Lieb ich. Weiß ich, ne, auch direkte Konfrontation. Geh gleich von hinten rein. Vielleicht kommt einer mit, bitte. Ach nee, wir müssen ja flussdok machen. Ach so, ja. Logisch. Aber ich lauf dann gleich vor. Ich geh vornherein dann über die Treppe. Unten ist nicht. Unten ist nicht. Badezimmer hoch. Oben. In der Zimmer. Kinderzimmer, ja. Nö. Einer ist unten offensiv. Noch mal einer unten. Bitte. Badezimmer hoch. Badezimmer hoch. Badezimmer hoch. Bäm. Fünf Sekunden bis Einsatz. Und hier, äh, Flurfenster. Bäm, bäm. Wenn ihr beim Wintergarten seid, ist er auf. Badezimmer hoch. Gelang zu ihrer Position. Türchenfenster zu. Badezimmerfenster ebenfalls noch zu. Kamera geschwitzt. Werden da gerade geschossen hat. Ich hab Kamera weg. Ich mach Vollgas. Vollgas. Wenn's da Kinderzimmer sind, verbarriktiert. Oh, jetzt hab ich noch den Diffuser. Noch guckt keiner beim Kinderzimmer. Badezimmer ist nichts. Badezimmer ist nichts? Scheint frei. Sie haben die andere Seite. Ich wurde entdeckt. Ich wurde entdeckt. Ja, ich auch. Scheiße. Ich bin auf dem Gerüst. Nein, Küche unten. Richtung Keller. Construction. Ja. Rauchgranate. Rauchgranate. Explosion. Scheiße. Construction einer. Wir werden die Kamera in Construction noch tun. User joined your channel. Weiß ich nicht. Komm, kletter mal hoch, Billy. Kletter mal hoch, Billy. Oh, scheiße. Ja, egal. Wo bist du im Bart? Nein, ich bin mit der Drohne gerade. Argo, ich glaube, hier kommt einer. Guck mal kurz Badezimmer. Oder Treppe da runter. Ja, Badezimmer steht da. Badezimmer. Markiert, markiert, markiert. Dusche, Dusche. Hinten am Klo. Hinten am Klo. Sehen nicht mehr. Oh, scheiße hat mich. Kacke. Warum stirbt der denn? Ping. Ja, ist die Kamera gerade zu weg. Ja, hast du gesehen? Hoch, um rechts. Construction. Bleib, du Operator. Nein. Oh, Mensch. Ach. Eigener Druck getötet. Fuck. Da haben wir uns ja dumm angestellt. Gewöhnt euch echt mal an, mit den Drohnen nicht überall hochzufahren. Einer reicht oben. Wenn wir wissen, wo die Bombe ist, reicht es ja. Und der Rest unten abchecken. Die offensiv sind oder nicht. Weil sonst können wir unten nicht rein, wenn die alle offensiv sind. Das ist doch scheiße. Spiel mal weiter, ne? Wo gehen wir hin? Fitnessraum Garage. Oh. Erstmal hallo, Benson. Hallo, Benson. Wir sind noch kurz im ESL-Spiel. Aber wenn wir Glück haben, gleich fertig. Darum halte ich ja auch die Schnauze. So gehört sich das, Freunde. Juni, hast du vorhin Küche geguckt? Ja. Dann gehe ich ins Badezimmer. Wenn wir uns euch um die Scheiß verschissen, Bruder. Bei hab ich nix. Argo, Loch wieder sprengen. Jo, mach ich. C4 bereit. Jo. Brauchen wir. Boah, ich hab zu lange hier unten umgepimmelt. Scheiße. Komplett zu machen. Markus. Oder willst du gucken? 5 Sekunden. Keine Ahnung. Hey, komm wir jetzt. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Ja, Alex ist eh oben. Da können wir hier ruhig zumachen. Wir haben ein bisschen zu spät, war ich das mal hin. Plus-Doc ist keiner. Doch, einer. Was? Da ist einer geschossen. Hinterhalt gelegt. Sicherheits-Sicherheit. Ich will da rein. Eine Rüstung liegt hier noch. Was ist meine? Lass mich mal in Fitness. Da wollte oben einer rein. Ich hau ab. Wo haben die denn gerade geschossen? Hey, wo haben die gerade aufgesprengt? Unten glaube ich, Keller. Die haben doch jetzt nicht gerade durch die Wand, durch den Boden wirklich hier hochgeschossen. Was sind das für welche? Wo denn? Ich habe jetzt nochmal fix angemacht. Ja, zeige ich dir im Video, Digga. Was das gerade war, will ich... Und ein Fitnessraum. Kamera in Position. Ich habe draußen eine Kamera positioniert, Alex. Kannst du rausgucken. Leise, kurz. Kameraübertragung live. Warte, ich gucke. Außen, dem ich gerade da nichts war. Ziel gefunden. Ah ja. Fitnessraum sind zwei. Und? Den Vorraum zum Fitnessraum meint er. Ja. Ich habe noch eine Kamera rausgebrochen, dann müsstest du mehr sehen jetzt. Jetzt sind alle Richtung Fitnessraum. Ein Vorwurf gemacht. Ich bin draußen nichts zu sehen. Du bist so, du bleibst. Das war so, du bleibst. Das war so, du bleibst. Scheiße, hab Ash angeschossen, aber nicht gekillt Wo ist denn der? Steht vor der Tür, steht vor der Tür Garage weg, gar noch Bestes bei uns unten Wo? Markiert Ich bin verletzt Unten Vorraum, Fitnessraum Krass, okay Nein, ich schieße nicht Mann, ich bin so dumm Okay Das ist die Hauptsache War schön Wo gehen sie hin? Bleib draußen stehen Vielleicht ist es gar nicht sinnvoll zum Flussdok zu gehen, sondern eher Panzerwagen Überleg ich grad noch Weil die müssen War schneller da am Gerüst Obwohl wir müssen einfach nur unten Flussdok nach links laufen Ist das eh Ja Wir müssen eine Bombe aufspüren Unten Achtung Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert Mann ey Drohne hat eine Bombe lokalisiert Schauen wir mal ganz nach oben Bleibt Küche Okay, mein Vorschlag ist Wir gehen durchs Billardzimmer Direkt nach unten Eine ist hoch Warte, ich schau ins Billardzimmer dann Genau, check mal Billardzimmer aus Ah, Scheiße Mann Drei Sekunden runter? Ist frei Oh, jetzt kommt zwei in Jim Das sind fünf Sekunden bis Einsatz Drei Entschärfer ist jetzt gesichert Bombe gefunden Gelangt zu ihrer Position Und entschärft sie Jim sind welche oder was? Mhm Jim ist einiges Wer ist einer? Wer war das? Argo war Jim Äh, nicht Jim War B jetzt mal frei Ja, war frei Warte, ich guck nochmal Ich bin Küche drin Ist frei Ah, Scheiße Dinger dringucken Äh, hast du grad auf meine Drohne geschossen, Juni? Ich hab nicht drauf geschossen Ich hab dir die Luft gesprengt Ich hab grad reingefallen Achso, ja gut, dann Sorry Kann ich mal gucken, ob was von Treppe hier kommt? Juni, ich bin hinter dir Juni, ich bin hinter dir Wo, 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 von wo, von wo schießt der? Äh, Trainingsraum ist soweit bei Drei Kyrel steht unten Ich mach auf Platziere Sprengladung Ich bin im Garage Von der Küche oben kommt einer Hallo? Bei der Küche ist doch Argo Ich bin grad erst rein Weil in der Küche war er nicht Der Treppe, ne, war stimmt Runden am Auto, Garage Mein Ding Aber wenn du runter gehst, rechts ist komplett offen Links hab ich einen weg Gymm ist jetzt komplett frei In der Garage 2 Am Auto Auf mich wurde gerade gesch... Äh... Von oben kam einer runter Argo Treppenhaus Guck Treppenhaus Achtung, pass auf Im Gympf guckt einer rein hinten Markiert Noch eine Minute Rechts weg ist der weg Rechts Argo ist der Leg das Ding hier rechts Um die Ecke Ja leg es Leg es einfach doch Dann kannst du von oben runter gucken Argo leg jetzt das Ding Er kommt Er kommt von hinten, von hinten Er kommt hinter dir Er hat nichts mehr Nur noch ein Gegner übrig Der ist am Auto Am Boot Der muss runter Alex 30 Sekunden Am Boot ist er Nimm doch die Bombe Eigener Druck neutralisiert Oh der hat nichts mehr 10% Ah fuck Macht den richtigen Schritt zur richtigen Zeit Ja Bombe vor der Treppe legen Wäre noch bisschen mehr Zeit Ich komme jetzt wieder rein Äh... das weiß ich nicht Was schreiben wir denn jetzt? Kannst du nicht einfach wieder rein joinen? Ja auch Kannst du? Einladen Ja Okay Kommst zu spät oder was? Ne bin drin Gut Hast du wieder über Wire gestartet? Mhm Gut Kein Ding Kein Ding Oder heißt das KD Sollste jetzt Deine KD sollste jetzt präsentieren Den Bereich sichern Das ist eigentlich nicht schlecht für mich Mach alle Fenster zu ne? Jo Scheiße eine kommt hoch Ist im großen Zimmer Weg Ich geh jetzt mal nach unten damit rechnen die Donnen Oder? Die Gegner hat eine Bombe lokalisiert Hände Macht euch angriffsbereit Kein Bedarf Äh... hier nicht Fluster kommt noch nicht Hier Die werden immer zumachen Na von wo wollen die? Wann befestigt? Tür ist sicher Hier liegt nur ne Rüstung Ja ist meine Okay sie kommen schon hoch zu den Fenstern Pfff fuck Ich bin gleich... ich bin tot im Kinderzimmer Haben wir nen Dok dabei Dok? Erschieß ihn Mit deiner heilenden Waffe Hey Komm doch nicht raus Oh ne jetzt bin ich ganz tot Oben am Fenster irgendwo Ja Hat jemand von euch die Haustür geöffnet? Äh... die stehen äh... draußen an dem Fenster Fuuuck Alex geh weg, Alex geh weg Ja ja ich bin weg Ich bin weg Ah der Sniper da hinten Sledge auf dem Sniper drum Oben einer am Fenster Beide Runden Kinderzimmer am Fenster hoch Wollen... die sind gleich Kinderzimmer Wir haben die Trockenkamera weg Beide Der ist gleich platziert Nein Kinderzimmer Kinderzimmer draußen auf dem Podest Duni lauf mal raus auf dem Podest draußen Duni lauf mal raus auf dem Podest draußen Nein Der ist auf dem Dach Deaktiviert Heli Wir haben verklumpfen Ja Boah Gut gemacht Heli Der eigene Trupp hat gewonnen Waren wir alle draußen bis auf Heli? Ja Ja vielleicht gar nicht so doof gewesen, wa? Dass die die ganze Zeit uns jetzt draußen gesucht haben Boah Gut gemacht Heli Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht Panzerwagen Wäre mal was anderes, oder? Eickelkopf fick und ich spritze in dein Hals Mach die Mund weiter auf, wenn du kurz komm ich nochmal Hehehe Du holst euch nochmal kurz den Hinterkopf rufen wieder Mhm Ach eigentlich ist er ja scheiße, ne? Aber ich hab sechsmal Schlagen gemischt, als viermal Haben sie das Gefühl längert? Ähm, ja irgendwo steht das, ja Egal, du hast es geschafft 20 Sekunden in die Schuhe 20 Sekunden in die Schuhe Boah, 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 boah Akku fährt unten Nö, unten ist nichts Wir sind oben Wahrscheinlich wieder oben Naja, wir sind wieder oben Jo, ich geh Construction Oh nein, Scheiße, da hat nie einer gesehen Hör auf, um mich zu schießen Lass mich, lass mich weg Einer hat mich unten, Alter Ja Ja, gar nicht blind, Alter Hör mal, wer einer mit Einer mit der Drohne noch runterkommt 10 Sekunden zurück zum Einsatz Kannst du Skischehen bleiben, oder? Ne, noch eine Stufe höher Ja, perfekt Offensiv Treppenhaus Entschärfer wurde zurückgeholt Rück zur Bombe vor und entschärft sie Also das Treppenhaus da Auf der Faktion schon einer drinnen Am Treppenhaus einer, Jungs, da wo du runterhängst, Argo Ich wurde entdeckt, wo ist die Scheiße Leute, da guckt ein Bein durch die Wand Wer ist der Magazine? Einer dürften, keine Ahnung Aus denen, den du geholt hast, weil der im Raum sitzt Einer ist Küche Ja, da ist aber noch einer Was Einer ist Küche Ja, ja Hab ich Spreng Gehahnung ins Kinderzimmer Der Schattel liegt, Steiner bei mir Ich glaube, Eltern schlafen sie mal Ich bin mir nicht sicher, Opa Ne, das bist du Ich bin hier aber gerade erst rein, Uncle Alex Uncle Alex Uncle Alex Jawoll Alter, da glitschte einer durch die Wand Und ein Fuß guckte nach draußen Durch die Hauswand Ne Ich bin hier Ich bin hier Screening Ist erledigt Geil Unser erster ESL Sieg Junge durch die Wand Was Junge durch die Wand Siehst du das? Ist nicht der, der uns vorhin beleidigt hat, der Typ? Ne, uns ja nicht Unfair Auf dem Server? Auf dem Server? Nein Können wir ausmachen, oder? Fuß Danke fürs Spiel Ja, toll Ja, toll Hey, was will er? So, hoffentlich hat diesmal alles mit Wire funktioniert Mhm Mein Wire arbeitet Daten werden übertraut Na, dann hoppen wir doch mal